So, ich bin auch jetzt hier schon bei der Kruft, ich habe hier noch ein bisschen Kraut mit eingesammelt und ähm, ich will mal speichern. Gucken, ob das jetzt hier was wird und ob ich jetzt schon rein kann, ne? Ja, perfekt. Klasse. So, dann hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass ich überleben, würde ich sagen. So, dunkler Bereich. Dips im dunklen Bereich wie Höhlen und Gewölben solltet ihr den Drang der Katze euch nehmen oder eine Fackel anzünden, um sich zu verbessern. Der Drang der Katze. Habe ich ja gar nicht, oder? Ich habe ja gar keinen Drang der Katze. Ähm, kann ich da jetzt, äh... Oh, verdammt! Kann ich jetzt nochmal raus? Habe ich so einen Drang der Katze? Ich muss mal gucken. Moment, wartet mal, wupp. Ähm... Tafelwasser, Moment. Upp. Tafelwasser. Schwalbe habe ich hier. Was ist das hier? Ach, das ist die Schwalbe oder was? Ähm, ich muss mal gucken, ob ich hier so einen Drang der Katze herstellen kann. Moment. Mal schnell dunsen, wa? Das, was wird hier? Also, Argenie, Trang der Katze. Und da fehlen mir diese Tränke. Toll. Da fehlen mir diese Zutaten. Das ist immer nicht schlecht, ne? Wenn die Zutaten fehlen. Ne, da kann ich gar nichts machen. Also, Pech hier habt, würde ich sagen, ne? Kann ich nichts machen hier. Ähm, na, was ist denn jetzt? Du könntest wieder aufberstehen. Schade. Hm. Hab ich jetzt dann mal Pech? Okay, ich muss trotzdem mal, ähm... Warte mal. Hm. Tafelwasser. Leichengift. Ähm. Was ist das denn hier überhaupt? Hab ich denn hier keine Schwalbe? Walbkotz. Unbekannte Traum. Ähm, Katze, haben wir noch einen hier? Sehe ich gerade. Haben wir noch zwei? Gehört Sehvermögen, ne? Das ist der. Gehört Sehvermögen. Völlige Dunkelheit. Gehört Sehvermögen. Völlige Dunkelheit. Das ist gleiche, ne? Oder? Migrendu-Trank. Keine Ahnung. Zumindest rechtsklicken. Jawoll. Okay. Und da wollen wir mal, ähm... Moment, ich hab doch hier noch so einen... anderen Trank. Wo ist denn da jetzt hier? Unbekannter Trank. Warte mal. Bop, bop, bop. Ach nee, hab ich zwar nicht. Okay. Dann, äh... Okay. Dann gehen wir einfach mal jetzt rein ins Vergnügen. Wird ich meinen, ne? Äh, wollen wir mal das mal hier überleben? Ja, ansonsten haben wir ja gerade eben kurz gespeichert. Und, ähm... Speichern eben nochmal schnell. Und wir gucken mal, dass wir hier das packen hier. Gas-Biole. Na, was ist jetzt? Ja. Äh? Achso, das ist, äh... Wie ist denn hier? Okay, auf alle Fälle haben wir da mal so einen... Warte mal, was haben wir denn hier? Wache, Hexer... Hm... Okay, und... Gucken wir mal, ob das was wird hier. Oh, fuck, das ist noch nicht so hinter mir. Moment. Eins in sich drücken, okay. Doch, passiert nix. Moment. Oh Gott. Scheiße, woher hat der Tür, Mensch? Oh, macht doch mal was, Gerald! Macht er denn nix der Kunde, Mensch? Wir drücken nix. Drücken nix. Hä? Hallo? Scheiße! Äh, jetzt hab ich irgendwas geentert hier. Renn, Gerald, renn! Okay. Okay. Mach doch gar nix ab. Ach, jetzt hab ich's. Okay. Okay. Sippe. Ist doch aus, wie sie stecken, Mensch. Nur die Eins. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So ist gut, Gerald. Kannst auch mal mitkämpfen. Was haben wir denn da? Alter Schwede. Heieiei. Das war mir jetzt schon ganz schön, äh, bisschen sehr knapp, oder? Mädchenleichnamen. Ihr habt ihr jetzt gesehen, ne? Okay. Da fängt. Ich muss Kalkstein aufsuchen, um meine Belohnung zu erhalten. Hier bin ich jetzt schon fertig, oder was? Äh, jetzt bin ich jetzt mal anders gelandet hier, Mensch. Guck mal hin. Da gebucht, die Beute. Okay. Ob ich denn das jetzt schon fertig hier? Ich muss... Nein, das muss ich mich noch machen. Hier, siehste. Kalkstein. Okay, da kann ich ja mal nach dem Augenblick warten, wa? Machen wir hier doch schnell ein bisschen weiter in der Gruft. Ich meine, ein bisschen Leben. Hätten wir ja noch zur Auswahl. Oh, was haben wir hier? Bitte, Alter. Mag die durchführen. Jawohl. Perfekt. Okay. Wo gehen wir denn hin? Kreist da einer aus Feuer. Gleichnamen. Hier ist dann die Wand kaputt. Da müssen wir... Oh, oh, oh. Oh, oh, das sind gleich mehrere hier. Oh, das ist überhaupt lenkig, oder? Hallo, Geralt. Könntest du mal... Hängt denn das? Warum macht denn der aber nix? Ich verstehe es denn, ja. Moment. So, jetzt auf. Oh, ich bin fertig. Kann ich Glaubzeug haben, jemand. Dass ich fertig bin. Oh, oh. Ich hab's fertig. Hängt denn das? Also manchmal weiß ich nicht, ob der kämpft oder nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, du. Was stand dort? Heute brauchen Gegenstände oder irgendwas. Leichnamen. Oh, was haben wir denn hier? Viel Essen. Jawohl. Nice. Moment, ich lass mich mal kurz schauen. Hier, was ist da gebucht. Ich muss zu Nico gehen. Meine Belohnung. Genau, eigentlich bin ich fertig hinterfragt. Normalerweise bin ich fertig. Aber ich könnte ja noch ein bisschen umbelotzen. Wir haben zum Beispiel noch den Kreisänderungsfeuer hier. So, ihr habt das Inki-Zeichen erlernt. Ja, nice. Viele Zeichen. Inki-Bildschirm. Ich muss nicht auf das Ziel im Sausen-Berb. Okay. Also zwei. Also so. Uh, auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Okay, hab ich das beschwört. Perfekt. So, prima. Haben wir das auch erledigt? Okay. Haben wir eigentlich hier alles soweit? Erledigt kann man meinen, ne? So, okay. Dann könnten wir jetzt hier vorne noch ein bisschen drauf rumhauen. Aber wir müssen ja nicht unbedingt hier noch drauf rumhauen. Gibt es noch einen Ghoul, ne? Sehe ich. Ich könnte natürlich auch jetzt wieder zurückgehen. Aber wir können natürlich auch hier noch ein bisschen drauf rumhauen. Aber müssen wir mal gucken. Und diese Glasbione. Ach, guck doch mal. Dann kommen wir vielleicht schon hier runter, ne? Wenn ich dann hier vorne reinhau. Hm. Jetzt hat er gerade auch nichts gebracht, oder? Wie war denn das hier? Wie war das denn hier? Dass ich jetzt die Zauber, die Türen aufkrieg hier. Also ich mein diese. Bin mir jetzt nicht sicher hier, ne? Ne, das geht gar nicht. Aber konnte ich nicht irgendwie, ähm... Irgendwie das machen? Keine Ahnung. Hm, weiß ich jetzt auch nicht. Ne, passiert nix, ne? Nichts wirklich, ne? Juh, dann gehen wir dann zurück. Ich mein... Jetzt haben wir das hier erledigt. Warte, ich bin mal schweißen. Oh, ne, geht gerade gar nicht. Ich muss doch wieder raus erst. Ja, ich muss irgendwie einen anderen Eingang finden. Aber ich hab doch mal irgendwie... Hab ich doch mal... Ne, das ist jetzt hier ne Witt, der Fräcker. Hm. Keine Ahnung. Aber irgendwie geht's da noch rein. Ich hab doch mal... Ich hab doch mal irgendwann was kaputt gehauen mit der Wand. Ah, na gut. Dann machen wir erst kurz ne Pause. Wir sehen uns. Bye.